Hallo Ok Jonas, join wieder schnell drauf Ja, warte Es geht doch nicht los Ich bin irgendwo in irgendeinem Keller Glaub sich, ich schaff's noch Oder? Musik Regeln sie da Um zu brechen zu werden Um gebrochen zu werden Ja, scheiße Um zu brechen zu werden Ok, ich geh zum Tester Es nennt man Spaß Inu Scheiße Der ist da oben in dem Haus Sorry, sorry Habe die Luft geschossen Ich geh zum Tester Wir brauchen nur noch den goldenen Block Wir sind ja alle beim Tester Wir brauchen den goldenen Block Wir brauchen den goldenen Block Wir brauchen den goldenen Block Was für einen goldenen Block Ein goldenen Block So ein englischer wie der Diablo Ok, und wo ist der? Jan, wo? Ich will nur sagen Das Todbewerb ist nicht falsch angestommen Dünktlich Es wohnt immer noch woanders Wenn jemand den findet, spring ihn hier auf das Ok, 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 ok Ich bin mir irgendwie so sicher, dass Juli das Trader ist Ich kann nur in den Tester gehen Ich will nicht mal wieder funktionieren Wir brauchen den goldenen Block Nein, brauchen wir nicht Doch Nein Dann liest man hier Dann liest man da Wo denn? Ich kann das nicht lesen, nicht bei mir Ja, wurscht Guck Dünktlich Dünktlich Ich bin ein Es wird fortes Mal goldenen Block Dünktlich 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 das ist aktiviert dann kann muss einer rein dann klicken dann halt auf den hebeln ist die ja genau damit wenn er trete ist fällt er unten in die lava wenn nicht dann ist der goldbruch auch versteckt okay 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 trissiert wer hat ihn ich erwarte ich so okay ich war am täsch durch war dann täschte jonas jonas ist tot gar nicht heiße okay gut hier ist der gut block hier der er genau mann ich kann bringen aber ich treffe nie ja jonas wenn du traiter bist und du nix trifft dann musst du leider andere WG ein Prozent hier machen und er war so wichtig ja Technik ja was Technik und wenn die anderen verwirren ich bin ich muss einfach mal mit mir er hat gestorben aber es ist nicht so schwer inno ich bin auch inno ich bin auch inno war ein ganzes und jetzt müssen wir welchen Block suchen den Goldblock oder nein vertraut mir wenn ich eine Schocker habe ich bin ich kann später warte warte husky du kennst dich doch aus welchen welchen Block müssen wir jetzt den goldenen ich habe einen Diamantblock der Diamantblock wenn wir den Diamantblock in diesem Open hier tun jonas ist schon wieder ausgeteilt wenn wir noch mal wenn wir acht ähm Goldglocke noch äh Diabglocke finden und die alle in diesen Ofen tun dann ähm spawnt ein Ender Portal oder irgendwie sowas welches ist die jonas ist ja ja kill ihn er dass ein Internet ist eh weg wenn wir alle und dann wenn die in uns reingehen haben sie gewonnen okay warte ich hab hier einen Diabglocke der Traitor kann nicht gewinnen damit also wenn er reingeht die sich zwei ähm wo bist du sind das war natürlich dumm du bist es drittige ne 1 million prozent aber wer gibt noch doch du bist es ne doch warum ist deine neue leise zu sagen woher kommst wenn man eine ganze wassen wegwerfen deswegen wurde ja auch von der Schottkern getötet ich bin immer gewesen das ist die scheiße da ist ja back so zeig dich ich weiß es nicht wie ist es er hat noch zu dritt hinter dir warum hast du mich gewohnt warum hast mich gekillt weil ich gedacht dass du ein Traitor bist ach man wegen dir hab ich jetzt 15 Punkte verloren was ist heute mit Jonas los? ah jetzt kommen wir wieder die anderen Map juhu ich liebe die andere Map ich nicht weil ich hab die Map nicht ja du musst ja auch Kontos Exhaust runterladen wie oft noch weil er das mache ich hier nachher in der Nacht weil dein Internet schafft es ist meine? nein dein... user join the channel hallo ok Jonas schauen wir das nicht drauf ja warte es geht um dich los mit irgendwo in irgendeinem Keller glaubt sich ich schaff's noch oder sieben Sekunden sechs fünf vier und zwei ich hab keinen Bock immer Innos zu sein ich will mal wieder töten hier ist Lava wieso Lava? äh nicht Lava ähm hier ist Feuer ja das hab ich grad gelegt ja weil du dumm bist ich komm wo seid ihr seid ihr bei den Häusern ich wollte dich nicht schlagen ey er schießt auf mich ich wollte ich habe ihn nur einmal aus Versehen geschlagen nein du hast mich angegriffen ich hab ich hab 20 AP verloren 20 AP und du ziehst mir erst warte 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 75 ja ich hab dir gedacht du wirst Traitor ja ja deswegen schießt man auch zwei mal auf mich und obwohl ich gesagt habe ob es aus Versehen ich hab das nicht gehört weil der Sound so zu laut ist von dem ist ein bisschen und warum soll ich das glauben dass du... hier ist Husky irgendwie ist Jabbak sehr auffällig hier ist Husky ich hab keine Ahnung wo ich bin ich bin in irgendeinem Tunnel und kann nur... ich glaub das Jabbak wirklich ist nein ich bin ja ich glaub auch dass er das ist hey hier ist ne Leiche ey schaut euch bitte meine Leiche an das ist einfach zu göttlich ey ähm du bist... jetzt ist wieder ein anderer auf dem Server warum? und ich... hast du kein Passwort das ist ja nicht mein Server Alter was ist das denn ich sitze da so wie so ein behinderter äh äh ja lass mal ein Kiffen äh AHHHH AHHHH NEIN ich... ja warte noch mal drin ey Trissi wo bist du? ich bin irgendwo in irgendeinem Keller und ich hab keine Ahnung wo ich bin ok komm zu dir aber ja warte schon mal meine Leiche und das ist einfach so göttlich ja ich hab schon gesehen ach da bist du Trissi dann wo bist'n du? äh ich weiß wo sie ist davon mache ich ein Skinshot es war viel Skinshot davon gemacht ey ich kann dich nicht finden bist du Trader sind sie? ok sonst hätte ich dir gesagt kauf den Radar ja aber wie kommt man da hin? äh ich hab den Weg gefunden gut weil sterbe ich hier ähm nein das ist ein Tester äh ähm ähm ja ich hab'n ähm ähm ino ino auf jetzt Trissi ist ino ja das weiß ich weil sie im Tester war ich weiß oh senseless oh warte ganz kurz ich bin auf dem Klu hä wie ach so ich darf ja nix reden das ist Trissi? hm? komm mal rein was? komm mal rein komm nicht rein komm nicht rein doch 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 komm 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 das nicht mal wo du bist ähm in dem Raum wo du gerade auf die Wand geschossen hast geschossen hast ich bin da drin da ähm das ist der zweite Raum ja meistens ist da auch noch irgendwie so keine Ahnung wenn du da irgendwo durch gehst dann wirst du da anders hin teleportiert ja ich bin da auch kalle absen das ist Jonas schon wieder out getimed oh das ist so ein ein internet das sind schon nicht etwa ja jetzt macht er halt die runde auch wieder nicht mit ach man ja man ein bisschen weniger killen genau der der Jonas sie kann ihn killen ok kann ruhig dabei viel spaß haben Tissi? 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 Tissi steht einfach still ja Tissi darf ich nicht? nein darfst nicht Tissi das kann ja auf einem seiten dass du im Traitershop warst ja als ob ich jetzt im Traitershop ich weiß nicht mal wie man den öffnet Tissi kannst du mich gerne töten ich werfe meine Waffe weg hier oh wer ist da? oh hättest du noch einen schritt nach hinten so zack warte warte bleibt mal kurz stehen ok senseless ist nicht dann muss es ja Jonas sein das wär jetzt geil ok senseless kommt wieder nein doch doch du bist nein doch verpiss dich ey du sch*** ich hätte Tissi jetzt so 3,4,5 mal von Headshot geben können aber ich kann es nicht weil ich in Inno bin und warum schütze ich mich die ganze Zeit an? ey ich hab Angst vor dir was sagen Jabbok hat auf mich geschossen und ey so ein und äh ey 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 was macht ihr mich für Arsch äh ey ey was macht ihr mich für Arsch yes jawoll hallo Jonas komm schnell schnell nächste Runde was ist ich wollte Tissi töten oh toll ey Jabbok Jabbok ich hab mal nicht gesehen dass ich Twitter war doch im Ernst jetzt ist das ich gesehen ja und dann hast du das gesagt und dann ist ja mal nicht später und dann hab ich erst drauf geschaut Haski wie kommt man hier raus ich weiß wie wo bist du also hier ich bin ein Innozenter ist ja so eine langweilige genau Inno Haski ist neben mir da oben ist Tissi wie kommt man hier hoch okay Haski Haski hm äh wer schießt da Jonas bist du im Spiel ja ok Jonas ist nein na klar ich fühl dich mich einfach so gut ich fühl dich mich einfach so gut und nicht durch das Luch wo seid ihr ich seh euch nicht auf der Karte äh ich seh dich aber ah ok dann bist du Traitor nein ich bin Innozent wer schließt das auf ihn aber sonst könntest du uns nicht sehen nein wer ist das break weg 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 weg. Ja, ja, ich hoffe nur hier durch. Ja, ja, lauf. Ja, nein. Das war natürlich negativ. Okay, wir leben, wir leben alle noch. Ja, wenn ich jetzt sterbe, ist es senseless. Okay, dann stirbst du nicht, weil du mich gerade anschießt. Eine Frage. Eine Frage, wie du darfst senseless da oben bleiben, aber ich nicht. Auto. Ich gehe runter, gehe runter. Nein, ich schieße nicht auf dich. Geh runter. Jonas, Jonas, ich schieße auf dich. Ich bin runter. Wieso? Nein, doch, du hast dich gerade komisch entfernt. Ja, darf ich nicht weglaufen? Nee, das ist verboten. Okay. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich will mich nur erschießen, deswegen will ich nicht, dass ich weglaube. Nein, aber trotzdem. Okay, das ist jetzt komisch. Wo zum Teufel sei dir? Dann benutzt ein Radar, so 12 und fertig. Ja, mhm. Wie öffnet man überhaupt den Shop, wenn es... Also... Ja. Und dann kann man da fast viele Sachen auswählen. Runter. Runter. Ich beobachte dich von oben. Husky, Husky, ich... Ich beobachte dich, Victor. Ja? Ey, Triss, ich... Schau mal hinter dich. Hast du gerade... ...jemanden... ...auf jemanden geschossen? Ich glaube, das Husky ist, weil er hat die Leiche entdeckt. Husky hat mich geschossen. Ja. Hab ich... Ey, ich kann nicht das gerade so... ...garnisch glauben. Dann geht doch mal. Du hast gesagt, da hier ist ne Leiche. Hast du gesagt? Achtung, Achtung. Nein, du bist T्wager. 100%. Ich bin kein... ...trasch. ...tыпrecht schon längst gekillt haben. ...